Das ist doch mal die Hauptsache. Oh nein, 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 oh nein. Du darfst nicht ertrinken. Ich kann dich aber nicht weiter nach oben schicken. Ich brech dir eher die Beine dabei. Äh, äh, ich komm ja nicht raus. Scheiße, ich komm ja nicht raus. Das ist genau das Gegenteil von dem, was gut ist, ne? Das ist genau das Gegenteil von dem, was gut ist. Raus da. Raus da, raus da, raus da, raus da. Raus da. Okay, okay, okay. Ich darf nur nicht in Panik geraten. Ich muss hier ziehen. Dann die beiden Holzdinger irgendwie dafür sorgen, dass sie unten bleiben. Und ihn jetzt aber erstmal wieder da rausschaffen. Komm, ich muss dich da rausschaffen. Hoch mit dir. Wie mache ich das am besten? Ich muss die unter ihn bringen. Ich muss die beiden Bretter unter ihn bringen, damit er hochgetrieben mehr den Antrieb bekommt. Okay, okay. Geh doch einfach mal aus dem Milch, Junge. Gehst du bitte einfach mal da weg? Ich versuche, ihn nur gerade an Leben zu retten, aber bitte. Und spinn halt rum. Gut. Gut. Junge, weg 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 Okay. Gut. Auch das zweite Brett. Nein, das wird so nichts. So. Okay. Okay. Jetzt sei einfach mal ruhig. Okay. Ach komm. Das bissl Rest wirst du doch wohl schaffen. Okay, dann mit Anlauf. Okay, ich muss ihn irgendwie anders da dran machen. Weil er so nicht komplett an die Oberfläche kommt. Das ist erstmal so. Dann habe ich den Stress, dass ich ihn ständig rumdrehen muss. Vielleicht soll ich ihn auf den Bauch drehen und dann drauf legen. Hier gibt es mehr Sinn. Komm mal her. Okay. 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 Ach komm schon. Okay. Okay. Das ist so ein bisschen lächerlich jetzt gerade, dass er die letzten Millimeter da nicht schafft. Aber okay. Ja. So. 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 Du bleibst schön da. So. So. Du kriegst dich jetzt hier nicht weg. Meine Güte. Mensch. Also. Ich bin ernst. Also wenn man das als Geist beobachten würde, würde man doch auch denken, oh man, also wenn du das jetzt nicht schaffst, an dieses Ding dran zu greifen, was mache ich dann hier eigentlich als Geist? Warum beschütze ich dich, wenn du nicht mal in der Lage bist, die paar Millimeter nach oben zu greifen? Ich bin ernst. Ich bin ernst. Ich bin ernst. Das ist ein bisschen. Ja, also bitte mal. Danke. Meine Güte. Junge, Junge, Junge. Okay, wir sind mit der Titanic auf Eis aufgelaufen. Was müssen wir tun? Ich habe nicht die geringste Ahnung, was wir hier gerade tun müssen. Hm. Hm. Wien. 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 Kannan. Wien. Wien. Untertitelung des ZDF, 2020 Na, das war nicht geplant. Okay, dann ist das mal der falsche Weg. Ich dachte jetzt, ich nehme die Waffe, verbinde sie am Eisblock und sorge dann dafür, dass dieser Eisblock mit Schwung die Waffe darüber schmeißt. Ui, jetzt ist aber beides weg. Und ich bin Game Over, oder wie? Gut, die Waffe habe ich wieder. Ich habe nur diese Waffe. Kann irgendwas mit dem Steg machen? Ich habe einen Eisklotz. Heißt, ich muss wohl doch höchstwahrscheinlich mit dem Steg und dem Eisklotz irgendwie die Waffe rüberbekommen. Wobei ich mich frage, warum ich die Waffe rüberbringen soll, aber ergibt mich gerade als einziges Sinn. Also irgendwie mit dem Steg und der Waffe den Eisklotz. Oder irgendwie den... Hm. Wenn ich zumindest wüsste, was ich überhaupt machen muss. Ja, wahrscheinlich ist das sowas. Ich muss irgendwie mit dem Eisklotz und der Waffe was machen. Und dem Steg. Und dem Steg. Ich bin nur ein bisschen überfragt gerade. Okay, wir müssen das nochmal neu machen. Waffe dreh dich mal. Waffe dreh dich mal. Ja, ich weiß. Nein, das wird nicht funktionieren. Hm, 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 hm. Und jetzt fall bitte dort runter, wo du runterfallen sollst. Es wird gar nicht mehr runter. Es wird gar nicht mehr runter. Okay, 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 okay. 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 Ja. Ja. Hm. Jetzt schnell genug sein. Nein. Nein. Oh. Hackel nicht so rum. Hm. Wieso habe ich das Gefühl, das ist so falsch? Eigentlich müsstest du nur noch ziehen, du Depp. Nein. Nein. Das ist nicht straff genug, hm. Okay, dann ziehe ich halt für dich. Ja, geschafft, 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 geschafft Oh Was ist hier los? Sind wir gerade dabei zu verlieren? Nein, wir dürfen nicht verlieren Wir dürfen nicht verlieren Weg mit euch Weg mit euch Nein, keine Ahnung, was ich machen soll Ähm Weg Okay, das funktioniert nicht Wir werden nicht verlieren Das kommt überhaupt nicht in Frage Nein, wir werden nicht verlieren Wir müssen irgendwas mit dem Stein machen Ja gut Aber nur, weil ich sie jetzt zurückschleudere Heißt das ja nicht, dass sie nicht wieder umfällt Okay, überlegen wir kurz Wie kriegen wir die Fahne wieder zum Stehen Das hängt hier im Grunde gerade nur schlaff in der Gegend rum Wie kriegen wir das wieder stabil? Hm Irgendwie müssen wir dafür den Stein benutzen Okay Habt ne Idee Ich weiß aber nicht, ob das so richtig ist Ich würde den jetzt einfach mal da dran machen Und dann schmeiße ich den Stein mit Karo da Rüber Okay, das war falsches Karo Das war nicht mit Karo Okay, stopp Dafür brauche ich ein bisschen Platz für meine Maus Okay Mann Okay Okay Das ist nicht richtig Okay Das kann man wohl nicht so weit drehen Das war's schon Okay Ich hab's mir unnötig schwer gemacht Aber wir werden niemals aufgeben Niemals Oh nein Unser Haus ist wohl im Krieg zerstört worden Wie kann ich helfen? Hä? Oh oh Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß Wie kann ich helfen? Wie kann ich helfen? Okay, ich muss erst das Feuer löschen Okay Okay Das Feuer bleibt nicht für immer weg Ich muss irgendwie den Eimer hier oben befestigen Moment Okay Ah, das kommt so mit mir Okay Okay, 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 okay 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 Und jetzt Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hey, das brennt doch schon gar nicht mehr. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin gerade überfordert, leicht überfordert wird man vielleicht. Untertitelung des ZDF, 2020 So. Joghurt gerettet. Sehr gut. 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 Sehr gut.